Sie sind Musiker und haben vielleicht erst im Laufe der Jahre Ihre Liebe zum Instrument entdeckt. Und vielleicht haben Sie bemerkt, dass der Weg hin zu so einem angestrebten Klang und dem guten Zusammenspiel mit anderen, dass der manchmal ein bisschen holprig ist, vielleicht auch anstrengend und sogar schmerzhaft. Muss das sein? Träumen Sie vielleicht von einer selbstverständlichen Leichtigkeit, mit der Sie spielen können? Stellen Sie sich vor, es gibt einen leichten, einfachen Weg, wie Sie das erreichen können. Jetzt nehmen wir mal an, Sie spielen Horn. Vier Kilo Eigengewicht, das ist schon eine Nummer. Und wenn Sie dieses Instrument hochnehmen, passiert natürlich vorher auch so einiges. Ich sage, das passiert natürlich, aber eigentlich möchte ich sagen, gewohnheitsmäßig, dass man sich vorbereitet im Körper. Und das ist unnötig. Genau darum geht es, herauszufinden, was wir für Gewohnheiten haben, die wir schon im Ansatz aktiv haben, bevor wir überhaupt das Instrument greifen. Dies gelingt ganz einfach und nachhaltig wirksam mit der Methode der Alexander-Technik. Ich unterrichte dies seit 20 Jahren und unterstütze dabei Menschen, dass sie die Dinge, die sie tun möchten, mit mehr Leichtigkeit tun können und damit ihr gesamtes Potenzial entfalten können. Ich bin Maike Lenz-Scheele und ich freue mich, wenn Sie zu einem meiner Live-Seminare kommen. Die gibt es online oder offline. Sie können nur gewinnen und die Menschen werden von ihrem Spiel begeistert sein. Diese dringendentistik. Ich trete auch, in Ordnung. Denn wie kein Geist. Das ist ein Schreif ist, das machenlines, das ist downt desire. Vielen Dank.